Herzlich Willkommen zurück zu Alien. Ich bin Eiselech. Ich bin bei Daniel. Ja, und ich bin dran. Was? Also hörst du mal auf hier. Also bitte sammelst du mal den Scheiß da auf. Wir haben Armut gegessen, uns gestärkt und... Ja, es gab Abendbrot, also wirklich Brot. Zu deiner Linken bitte. Abendbrot in den Brot. Wir haben uns nämlich aufs Dream ein bisschen umgesehen. Ah, sammel hier diese Gasmaske auf. Ja, genau. Das war nämlich das. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Denn was stimmt nicht mit meinem Hörer? Daniel, äh... Ne, ich glaube, du brauchst das nicht mehr. Das hatten wir jetzt, glaube ich, schon zweimal. Was ist das hier? Ja, das hatten wir schon. Tu es nicht. Nein, ich habe bloß noch mal durch. Was hast du? Ich habe es bloß noch mal durchgeblättert. Durchgeblättert? Ähm, wo gehst du hin? Du hast gesagt, oder? Nein, nein, nein. Zurück, zurück. Ja, da. Sie sollten nicht hier sein. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Oh mein Gott. Das ist ein... Wirklich. Sehr interessant, wo wir hier hinkommen. Elfhausverkehr. Ich bin hier. Oh, Alter. Du rennst da einfach durch wie Jean-Claude Van Damme. Ja. Himmel der Arsch und Zwirn. Daniel! Dich verfolgt ja kein Schwein. Da haben wir einen Bildschirm. Der geht gleich mal ran. Ich bin hier nicht schon wieder so weit. Hihi. Äh, das hoch. Links. Ja. Jetzt rechts. Jetzt zwei links. Und jetzt eins runter rechts. Oh! Keine Panik. Ja, klar. Keine Panik. So, jetzt red ich um. Schnell, 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 schnell. Renn, renn, renn. Oder kannst du speichern. Speichern. So. So, was musst du machen? Durchsuchen Sie die linke Konsole des Serverspeichers. Äh. Warte mal. Ne. Lass uns mal hier zurückgehen, wo wir herkommen. Ach, das war ja da, wo wir durchgelaufen sind, ne? Ja, das sah nach Serverspeicher aus, ne? Diese komischen Kästen. Ne, 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 ne. Oh, je, je. Ich laufe lieber auf der Seite durch, genau. Ich glaub, er verfolgt dich. Aber ist egal. Nur die Ruhe. So, hier sind die Serverlinger. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Müsst du alle anmachen, oder was? Eigentlich schon. Ah, siehst du, erhalten. Ah, es ist Maria. Josef von die Heiligen Geilen. Du musst flüchten. Flüchten. Dann lassen Sie das. Ich flüchte. Uiuiui. Was sagt deine Karte, wohin? Nicht die Karte. Oh. Ey, du warst scheinbar noch nicht fertig mit deinem Zugriff. Ja. Das heißt, du musst dann nochmal raus. Hey, da oben ist ein Bildschirm. Äh, geringe Energie ist super. Die Weg. Aber an welches Ding mussten du? Da sind... Müssen nicht rennen und zack, weg warst du. Ich dachte, jetzt sieht dann meine Bühne wieder aus. Ja, habe ich auch gesagt. Ich weiß, sie kommt dir hinterher. Ne. Stehe weg, Alter. Will er sie einfangen? Da geht er gleich hier, ne? Da sehe ich nicht. Da hinten ist einer. Bestimmt hat er das da hingelegt, damit er dich jetzt schnappen kann. Geh mal da ran an den Bildschirm. Vielleicht muss man noch mehr davon. Aber scheinbar auf der anderen Seite. Da vorne. Oh, jetzt solltest du laufen. Oh, jetzt solltest du Kärtwände machen. Uiuiuiuiuiuiui. Uah. Ach, Mann. Kommt schon, Gummimann. Oh, der haut jetzt auf die Fresse. Ey, aber das ist richtig gut gemacht, wie der dann wirkt und so. Oh, der hat mich hier in eine Ecke gedrängt. Wie unfair. Boah, und da gibt dir noch eine. Also, jetzt ist es auch mal gut hier. Komm schon. Geh weg, ihr blöder. So. Aber was musst du jetzt machen? Na, hier ist keiner. Komm, mein Cutter auf. Warte mal. Ich geh jetzt mal. Ja, hau ihn um. Ich darfst du nicht, ne? Traum mir doch nicht, weil... Boah, Rotauge, hau ihn um. Hau ihn um. Karte funktioniert ja auch im Loch, ne? Welchen Loch? Na, hier in dem. Also, die meisten Kanäle. Ja, guck nach. Da hat jemand jetzt ein bisschen Action gehabt, ne? Gelangen Sie direkt an so, so ist das Premier-Ziel. Zuwahl erhalten Sie über den Zugangs-Generator an dem Terminalzugang. Terminal. Das soll in dem Bereich sein, da. Ja, angeblich. Geh da mal durch, durch den Tun, dann kannst du ja mal gucken. In die Richtung, ja. Waren wir doch schon fertig, wenn ich mir nicht filmen muss. Ihr könnt sich mal heilen. Dann haben die Gummi-Anzüge an die Unfälle, du kannst nicht mal mit dem Elektrischocker was machen. So, machen langsam, machen langsam. Nee, 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 nee ich muss jetzt schon lachen das geht doch gar nicht mit absicht die mann so wie woanders Du weißt ich? Ich will die nicht. Ich kann halt nicht halten, dass ich das sehe, weißt du? Ne, das ist verarschen, weil es geht nur irgendwie drei Sekunden. Das geht nur drei Sekunden, das ist verarschen. Aber ist doch vielleicht auf der anderen Seite, ich renne mal um das Ding rum. Ja, ich ist auch so ein Tunnel. Nö. Aber der zeigt doch... Warte mal, was sagt die Karte? Zugriff auf den rechten Speicher, vielleicht musst du durch das Loch und jetzt hier irgendwie das gleiche machen wie auf der Seite, mit dem Server und sowas. Quasi in die Richtung. Also, hier. Hey, da war so ein... Was macht der Schalter? Super. Oh Gott. Werden wir nie erfahren. Hey, hinter dir. Dreht mal um. Muss man benutzen. Benutz mal. Äh. Ach so. Mit den Pfeil-Tasten. Weiter. Links. 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 Und ich bin mir. Und ich bin mir nicht sicher, was dreht mal um. Ich bin schon gesperrt oder kommen jetzt hier nicht mal raus? Ich bin schon gesperrt oder ich bin schon nicht mal raus? ich bin mir nicht sicher aber ich würde aufpassen die Hörner auf die die Spieken weiter jeder einfach Pro jetzt ist der Marsch jetzt kannst du gemütlich darüber ich würde näher vielleicht auf der anderen Seite gegenüber da war jedenfalls ja wir gehen mal hier und dann zu den Rechten rechts 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 das ist kann ich ja hier die Bildschirme hinter dir ist irgendwas links weiter was machst du jetzt mach nichts ich glaube das ist gut du hast sie gehackt nein 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 du hast sie nicht gehackt du darfst nicht ans Terminal gehen das mag der überhaupt nicht das war knapp also fast gut auf die Fresse gekriegt schnell durch irgendeine Tür rechts ich bin immer für durcheinander echt als Flammenwerfer kapseln schon mal sammeln was wir irgendwo mal unseren Flammenwerfer wieder gehen wenn man eine Ausweistkarte dann geht es dann geht es oh Gott das will geht geradeaus durch du bist jetzt wieder hier ok 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 das kriegen wir schon gemeinsam hin du musst an das Ding hin ans Terminal das ist ein bisschen scheiße oh jetzt sind sie schon zu dritter das ist aber nett ja was machst du jetzt Alter was willst du machen du hast keine Wahrheit du musst im Kreis jetzt rein geh noch mal den Sicherheitsbüchern vielleicht kann sie was machen nö 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 so muss er definitiv dahin die Speichern nochmal sicher ist sicher wo ist ja die ok dann einfach nö ich kann und die andere müssen folgt im Gang mal wieder von hier aus links nicht da ja genau dem Gang quasi folgen dann kommst du wieder zu den Serverräumen hart links irgendwas muss ich hier machen können das kann jetzt sein dass es schon alles ist vielleicht fehlt dir irgendein Bildschirm vielleicht fehlt dir irgendein Bildschirm wer weiter ok vielleicht auf der gegenüberliegenden Seite da muss irgendeiner sein irgendeinen hast du vergessen nö r 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 noch r r r r r r Traum dass sich das Giftgas ausgemacht so sind wir hier wo die Maske nicht schön es geht natürlich sollte links und rechts die Bildschirm an alles mit sie aber ich glaubte erholt sich jetzt in den Blumen bei ja was ist jetzt getan ich weiß nicht die Karte die Karte so du musst ach erlangen sie direkten Zugriff auf den Apollo Kern also muss jetzt durch die Lüftung quasi laufen also zurück links gerade rüber ne links geradeaus durch die Lüftung und dann da wo es so schnell ging ich glaube das geht jetzt rein ins Loch geringe Energie jetzt hier das meinst du ja ich hoffe das geht schnell nicht so elendlich langsam langsam nicht so elendlich schnell wieder 10 Sekunden runter links komm her noch zu schnell da bist du da bist das Signal erstmal kriegen boah das ist schwer ey ich war grad dort was passiert wenn ich das dreimal vergeig von Biomede 15 ja dann will ich nicht oh warte 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 yeah das waren jetzt vier stück nicht drei wie immer äh ich würde mal schnell in den Lüftungsschacht reinkrabbeln nur sich jetzt und man weiß ja nie da würde ich oh du kannst speichern speichern schnell wer weiß was jetzt passiert hier rein man jetzt ja warte du hast ja gespeichert jetzt kannst du zugucken was passiert ja wie es gespeichert ist ja ich Blacklisted ja wir können zu 1 müsste abholen werden das ist quasi die zentraleinheit die androide steuert oder kann sein alles offen rechts das übert matrix negativ was zur hölle zwei tage nachdem wir los sind es ist nicht auf der verdammten station das ding hat ihr jetzt gesagt dass doch noch auf irgendwas hier ist untersuchen sie den zentralen reaktor das ist das das ist ja mein Geheimgang da habe ich auch und dann unter mein Gott unter mein Couch die sich hier das gibt es nicht die Souten habe ich dann hier meine eigene x-men Werkstatt und so oder den Rechner jetzt kommt also ich bin gelesen ich lese auch du scheiße vergiss es aber wie weit kannst du runter ja von wegen alter da war noch das hatte kein aufsehen erregend spätigen wenn sie mir nachdem die aufkauft ist es wichtig ein wichtiger als je zuvor dass die schreiberübergabe ohne Probleme vor von das werden zwar nur angestellte niedrigen Ranges sein die vom Ankauf kein Schimmer haben aber wenn die Gerichte über verschwindende Menschen hören schlafende Hunde soll man nicht wecken bleibt mir alles einfach schön unter uns wir wollen nicht dass sie sich das anders überlegen ok freigeben nichts Audio nichts Zube nichts sehr gut ok da guck mal ich ja kannst du da das ist so eine Art Aufzug ne zum Maschinenraum ui Beratung aber ich bin stolz auf sie Beratung Der Feine Herr steigt im Level vom Ding Ja in der Tat Machen wir gleich ein Schnitt und dann ist der Eva wieder dran Schnell wieder? Ja Das verging aber schnell jetzt ist ja ein neues Gebiet ist doch schön ja super wieder ich kenn mich nicht aus darf mich durchkämpfen ich arme olle Drecksache der Funkverbindung ich bin hier was gibt's zu berichten? Apollo folgt Weyland-Yutani-Protokollen wie bitte? Sexton hat sich verkauft Riccardo Riccardo Apollo weigert sich nachzugeben angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht Sie gehören zur Firma sagen sie ihm das juckt sie nicht und er soll tun was sie sagen Tut mir leid Riccardo aber ich bin nur ein kleiner Fisch ich Simuels Taylor wir alle wenn wir was wert wären würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen Ok mach mal äh einen Schnitt ne? Ja Ich sag danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal Ok ja vielen Dank und Tschüss